Schöner Lüttger, sehr gut, sehr gut, kurzes Interview, ich kann es kurz bitten, was aber hatten Sie denn vom heutigen Spiel, Herr Lüttger? Vom heutigen Spiel? Ja. Ja, ganz klar, das war's für die Rats, ne? Ja, aber warum denn, wen haben Sie denn dabei? Ah, wir haben den Humke, der stopft alles weg, der stopft alles weg, der holt die Rebound, wir haben die Schiebe. Du meinst so geil, weil bitte noch einmal einen Push hast, einmal noch. Okay, jetzt ist doch gut mit der Scheiße.